Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Arm and Warfare hier aus D-Game-Studio, mein Name ist Master Schröder und wir spielen die PvE-Operation, wo man am Ende auch zum Mic unterwegs ist, das Ganze mit dem Marder 2 und dem Striker, ja, das Ganze hat den Grund, wir müssen Geld verdienen, achso, der Thompson ist da, den habe ich gar nicht vorgestellt, du bist ein bisschen leise gerade. Gut, aber es geht halt einfach um, drum ein bisschen Geld zu verdienen, weil wir wollen, ja, das wollen wir eigentlich, ob sie erstmal Geld verdienen, ne? Neue Panzerkrausen. Genau, neue Panzerkrausen. Die sollen nicht so reinschreiben, sein Gerät. Ja, mein Gott, wer denkt, wir sitzen weit weg, deswegen muss er lauter schreien. So, dann wollen wir mal loslegen hier ein bisschen, rummardern. Müssen wir dann aufpassen, weil, da wird schon öfters kommen. Ja, komm, steck dich doch nicht. Was macht eigentlich hin, wir haben noch kein Mail-Mitteln. Oh, das war kaputt gegangen, glaube ich. Oh, das war kaputt gegangen, glaube ich. Oh, das war kaputt gegangen, glaube ich. Ob er damit einen Maulwurf meint, man weiß es nicht. Oh, das ist ein Ramka, die mag ich nicht. Oh, der ist ein Tod. Er ist auch tot. So, dann gehen wir mal hier hinten wieder drüber. Oh, gut, ich habe eine Lampe mit Generator kaputt gefahren, entschuldigung. Was? Wie kommt man so vor, als wenn sie so ein bisschen in die Zone vielleicht genervt hätten. Aber vielleicht habe ich auch einfach so lange nicht gespielt, dass ich nicht immer weiß, wie es richtig funktioniert. Ich bin nicht sicher, irgendwas haben die hier dran kaputt genervt oder gemacht. Also, ich weiß nicht, irgendwas ist anders. Das ist doch die gleiche Mode mit? Ja, ja. Diese Pele, oder? Ja, ja. Ich glaube, ich muss ein bisschen genauer mit meinem Aim wiederum gehen. Hoppala, du bist ja wütend. Braucht ihr den einfach weg da? Er guckt um der Ecke, bamm, ich kriege da eine. Oh, da muss ich mir mal helfen. Der ist ein bisschen zu hart für mich. Unsere Kampson noch hinter der Ecke ist zu langsam. Ich kann die Kette abhalten, dass du schön immer vorne drauf schießen kannst und so, aber... Sehr schön. Ich mache mal Reload hier. Bro. Du hast ein bisschen Zeit, um zu sinken. Um zu sinken. Was? Wir sollen sinken oder? Nee. Achso, untergehen sollen wir. Ja. Da oben kommt nochmal ein Stingray. Von vorne, ne? Oh, der ist hart, der hat Abrams. Komm, wir da am besten hin, ne? Und, wo war ne, die Finger? Ähm... Ähm... Das war ne heftige Explosion in Form am Panzer. Ich muss Reload. Ja, ich hab ein Problem. Dahin kommen nämlich hier einer angefahren. Okay. Muss man live wiederholen. Oh Gott. Ich gehe den... ... in Japaner, oder was, hat das kein Problem gemacht. Vor allem, weil ich hier aber stehe. Oh Gott. Nur Ablebe. Da kommen wir ganz schön viele da an. Ähm... Das Problem ist, uns sind wieder alle rausgefahren. Hier aus dem Kreis. Ich glaube, sie haben uns ein bisschen die Drohne geholt. Nur ich musste meine Reparatur schon nehmen, ne? Ich auch. Wer hat noch ein paar Gegner bestellt hier? Ähm... 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 fine that's up to you I already have what I wanted bei ihnen auf der anderen Seite auch noch komm ich hier heile Wunder ne mach doch mach doch mach zum das ist geklappt uiuiui so M2 Bradley ist auch ekelhaft da kann man aber hässlichen Raketengebrenner haben ich bin mir nicht ganz sicher wo sind denn hier alle sind ja alle tot oder was ich komme grad zu dir ich bin mal ein bisschen alleine vor den ganzen Leute die rumfahren das ist mehr Damage worden alter ich bin von links Oh, und rechts Wo ist los hier? Oh, und rechts Da hinten könnten noch mehrere sein. Da hinten. Der Dunel ist auf dem Boden. Kann man nicht schaden machen. Was? Ich könnte auch nicht schaden machen. Ja, sicher. Aber ich bin vom Armada mehr geworden, muss ich sagen, irgendwie, naja, vielleicht muss ich das erzielen wieder, oder sie haben echt irgendwas an der Munition, oder an der Wirkung der Munition geändert, kommt mir jedenfalls so vor, weil ich jetzt sehr, sehr häufig, äh, wenn ich Obo drauf geschossen habe, auch Null Schaden gemacht habe, was ich sonst noch nicht kannte. Wahrscheinlich war er zu overpowered. Möglich, ja. So, aber wir haben wieder zwei Kisten gekriegt und wir haben 16.000 EPs und 400.000 an Kohle gekriegt und uns geht ums, äh, uns ging es ja ums Geld verdienen in dem Gefecht. Deshalb hat der Marder seiner, sehr schön, äh, das getan, was er tun soll. Naja, Mittelfeld sind wir geworden. Ihr siehst ja, 9.000 Schaden, ich habe den wenigsten Schaden, oder Marder. Normalerweise hatte ich im Marder immer den meisten Schaden im Gefecht, ne? Interessant. Na gut, egal. Wer weiß, was sie da geändert haben. Ähm, in diesem Sinne, das war eine Runde Armut-Worfeer hier aus D-Game-Studio. Mein Name ist Master Schroeder, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und ohne ein Abo. Da kommt es nochmal auch dabei. Auf Wiedersehen. Tschüss.